hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von terraria und guck mal guck mal stand die da hinten da ist wieder so ein ballon das genau das wo ich schon mal wo ich dir zeigen wollte und dann war nicht mehr da ich habe aber auch schon mal so einen fliegenden zeppelin gesehen also klar dass zeppeline fliegen aber naja weiß was ich meine wie kein schwimmenden zeppelin ist ja seltsam so leute wir wollen jetzt natürlich wieder langsam nachten das ist doof ach so sehen wir denn da oben überhaupt was also wir wollen mich heute hier oben eigentlich das wolkenreich finden aber eher im dunkeln können es ja mal versuchen wie weit wir kommen ja erst mal hochgraden müssen erstmal gucken wo genau die wolke ist ich würde sagen fangen wir hier in etwa an wo ich jetzt stehe okay ich müsste es ja auch relativ schnell dann sehen er soll ich jetzt so quasi eine treppe was das denn also soll ich eine treppe machen sei was soll ich machen kann es ja nur nach oben nach oben stimmt also machen wir jetzt quasi hier so eine treppe das kann doch aua warum machst du nicht einfach ähm was denn baust einfach nur nach oben du warst grad bei mir abgehackt warum baust du nicht einfach nach oben aber dann kommen kommen wir dann hoch ich weiß nicht okay irgendwie geht es bei mir nicht also ich kann hier gerade nicht setzen weil vielleicht weil du hier stehst ich weiß nicht warte mal ach so du musst es nur weg jetzt kann ich auch nach oben basteln aber ja das natürlich blöd ich komme nicht hoch wenn du mich immer runterschmeißer da kommt die bete also das ist nämlich ein bisschen problematisch wenn ich einmal runter falle ist vorbei also noch sehe ich nix ich habe ja ziemlich weiten blick über alle auch ein bisschen von links glaube ich oh gott jetzt aber dunkel hier gern geschehen die schwerkraft wird auf jeden fall schon weniger hier am besten brauchst du jetzt einfach mal nach links geht das ja irgendwie tut sie sich hier gerade sehr schwer mit überhaupt bauen oh scheiße ich sehe da auch immer noch nix also auf der karte jetzt ich habe ja so ein weiteres ach so mit der taste h trinkt man übrigens einen heilsrank ach das ist schön das ist natürlich auch sehr praktisch damit man sich immer erst ins inventar packen womit joss dann einen mann als ranken also irgendwie kommt hier nichts aber da hinten sehe ich einen schönen planeten das ist auch schön ja vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen nach rechts bauen kann ja auch sagen oh das wollte ich jetzt gar nicht dass man immer nur so einen riesig kleinen radius hat den man von sich weg bauen kann das finde ich so bisschen nervig ja also ich glaube hier kommt irgendwie nichts oder also irgendwo kommen die ja her wie habchen also glaube ich zumindest nicht einfach so aus dem nichts erscheinen na gut auf der anderen stelle war ich ja das stimmt aua aua wollen wir mal in die andere richtung versuchen oder obwohl die kommen ja hier immer noch die ganze zeit oh hier kann man ja echt hoch springen krass kann man irgendwann verrecken wegen sauerstoff aber ich nicht genauso klug wie du noch zumindest was das spiel angeht waa stern schnuppe ich hab leider überhaupt nicht auf mein leben geachtet muss ich zu ja ich ach so ja wie komme ich da jetzt wieder hin ich habe ja nicht so was womit ich mich an der wand hochziehen kann ich muss mich wieder hochbauen guck mal in irgendeiner von den thronen oder es ist hier diese klettern was ist das runterrutschen aber nicht hoch ne oder spikes also irgendwo in den thronen liegen spikes da habe ich schon mehrere von gefunden man findet es auf jeden Fall also das kann eine weile dauern meine zuschauer sehen natürlich jetzt gerade gar nichts weil es zu doof ist oder wie sehen spikes so aus wie solche spikes die du im winter um die schuhe klemmen kannst damit du nicht ausrutscht weißt du woraus man die selber herstellen kann dann würde ich mal nicht mehr herstellen einfach weiß nicht ob man die herstellen kann also ich finde jetzt hier in den kisten erstmal nichts ah ich hab sie also jetzt habe ich schuhspikes und kletterklauen ja mit diesen schuhspikes wenn du die ausrüstest kannst du dann diesen walljump machen schau ich mal müsste es auch nicht gleich irgendwann mal wieder hell werden eigentlich dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser ja du bist gerade im haus ich weiß jetzt nicht wie spät es ist achso ne weiß ich auch nicht mehr ich bin schon oben und flüchte hier gerade von dem zombie wie kam denn der hier hoch sag mal ich hab den 450. zombie erledigt ach schief naja nicht wenn du zombie bist hä was war dann hier oh Hilfe ich war von Harpien belagert ach komm mal oh Gott oh das ist die fetsche seite ok wie bist du denn da schon hoch gekommen da komme ich nicht mal hoch walljump ach Mensch ich bin nicht gut ausgemacht jetzt stell dich doch nicht dämlich an als du bist wer äh nicht du mhm Scherz ich hab leider keinen walljump ah jetzt bin ich wieder ganz oh ich bin echt gut ich hab keinen walljump ich bin nicht so gut ausgerüstet na aber du hast doch die Spikes oder hast du die nicht ausgerüstet doch die habe ich aber ich kam hier schon die erste treppe nicht hoch gerade und ich werde hier gerade auch mega belagert also ich sterbe hier gleich ich komm hier überhaupt nicht mehr weg mit den ganzen Viechern es sind hunderte Zombies und Harpien unten hast du nicht gesehen hier erstmal wenn ich versuche hier oben zu klettern dann kommen die mir alle entgegen ok jetzt bin ich endlich oben ganz schön wollten wir nicht mal nach rechts bauen jetzt ja komm ich mein die kommen alle von links die Harpien aber ja gut wenn da nichts ist ja eigentlich schon ne aber da kommt ja nichts ich kann ja nochmal einfach mal nach oben hier aber so langsam ist hier aber so weit oben kann doch gar keine Wolkenstadt mehr kommen weil hier gibt es doch gar keine Wolken mehr eigentlich muss es doch tiefer sein oder naja ich kenne keine Wolkenstein naja ich weiß auch nicht genau hm aber warum geht es nicht mehr oh also ich muss hier weg ich bin gleich tot heilen ne kann ich nicht hab schon eingenommen und bin gleich schon wieder tot ich muss hier kurz weg das geht so nicht hm ich geh mal hier ein bisschen nach rechts auf der Ebene ich glaub nicht dass die Wolkenstadt so tief ist ne aber höher kann halt nicht sein weil da ist ja keine Atmosphäre mehr also die andere Wolkenstadt war doch auch viel niedriger oder? na ich glaub das täuscht oh ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja ich bin tot also ich muss hier grad runterspringen ein Schlag und ich bin weg was war cool von hier oben runter zu springen eigentlich hm oh scheiße ich muss mich mal kurz zuhause aus ähm wenn man hier ein Lagerfeuer aufstellt dann soll man sich doch schneller heilen mit dem Lagerfeuer hat er doch hier welche hm ich glaub ich hab die hab die hingepackt es sind aber auch viele Haken oh mein Gott ja es hört auch einfach nicht auf also es wär schön wenn die einmal ganz kurz mal dann Ruhe lassen würden um mal irgendwas zu machen ein bisschen netzend ein paar Heiltränke hab ich ja aber ewig dann auch nicht ich stell jetzt mal ein Lagerfeuer hier zuhause auf da da sollte ich oh ja das Lagerfeuer regeneriert wirklich gut da können wir uns theoretisch auch eins mitnehmen so ich wärme mich hier mal am Feuer auf wie könnte ich das hm ich hab Federn bekommen ich hab Federn bekommen darfst du da grad noch weiter oder nö ich kämpf gegen Harpion ich hab ja keine Erde dabei ok ja ich muss noch ein bisschen leben muss ich nachher generieren weil ich bin jetzt gleich wieder weg wenn ich da oben bin no das leidendes Eichhörnchen toll so dann komm ich mal wieder bin zwar noch nicht ganz voll aber es kann sich ja noch heilen aber ist ganz schön leer das Haus so ohne Leute war eigentlich richtig schön als die Zimmer so voll waren ja ich hätte das auch vorher googeln können dann hätten wir die Leute nicht ausquartieren müssen dann wären sie zwar unzufrieden gewesen und wir hätten höhere Preise bezahlt aber naja wir können es ja auch wieder ändern ist ja nur ein Mausklick na wir können ja gucken wo es quasi für uns überhaupt einen Nutzen bringt wenn die günstiger sind also wo wir überhaupt Sachen kaufen und die anderen also der Bergmann nehmt ja eh bei uns quasi den sehen wir ja noch das ist ja nicht so schlimm den kann man ja das Zimmer auch nochmal ein bisschen schöner machen so da bin ich ansonsten manche brauchen wir ja nicht also manche haben ja nur komische Sachen gut der mit den Färbungen zum Beispiel der wäre schön wenn der günstig wäre soll ich nach oben oder zur Seite ja noch ein bisschen hoch na du siehst ja mehr also ja na noch sehe ich halt gar nichts hier also nichts von Belang nur Himmel Aua Boah ich hasse diese Viecher weg oh das ist gut ach die lassen einen einfach nicht in Ruhe das gibt es eigentlich nicht vielleicht wieder tot das dauert auch so unglaublich lange wird man die High-Track in der Handel du bist ja glaub ich auch nochmal eine andere Rüstung ja ich krieg auch exorbitanten Schaden und alles die hätten mich so ein, zwei Mal und dann bin ich auch schon quasi weg ja also ich komm hier nicht zum bauen das können wir vergessen ich komm überhaupt nicht dazu hier mal irgendwas hinzusetzen mit den Tüchern das geht so nicht na dann gib mir mal bitte die Erde na dann gib mir mal bitte die Erde ja oh das ist nervig ey ja das geht überhaupt nicht also es macht auch wirklich keinen Spaß mit den Viechern weil es einfach so viele sind ja jetzt sollten wir lieber erstmal was anderes machen wir könnten ja auch nochmal weiß ich nicht Barren fahren im Untergrund und erstmal für bessere Ausrüstung sorgen wenn es da bessere Barren also Sachen gibt weiß ich nicht ist mir zu nervig ja ist mir auch zu nervig macht doch keinen Spaß wenn man nur von denen die ganze Zeit runtergeballert wird also ich gucke jetzt erstmal was habe ich denn überhaupt für Ausrüstung an ich habe ein Ninja Hemd mit Abwehr 4 Holzbeinschienen ich habe noch nicht mal Beinschienen also ja hier sind ja sogar Wolframbeinschienen in der Kiste warum habe ich Holzbeinschienen an also ich habe eine Abwehr von 18 18 18 ja okay ich habe 4 und 3 ja 4 und 3 was steht da auf dem kleinen Schild da welches kleine Schild? rechts neben deinem Ausrüstung 11 hm das ist natürlich schon ein Unterschied ne aber hatte ich vorher nicht ich hatte ja vorher Holzbeinschienen an da hatte ich nur eins jetzt habe ich die mit 3 von den Links ich gucke mal ob ich mir irgendwas schönes machen kann irgendwas sinnvolleres ich nehme mir hier mal ein paar Barren raus und schau mal meine Ausrüstung ist ja unter alles auf ja damit werde ich nicht weit kommen da kommt es auch nicht so schauen wir mal die Musik im Hintergrund ist manchmal sehr witzig äh was haben wir da wie schönes Eisenhelm was habe ich denn für ein Helm? ich habe auch einen Bergmann Helm der nur einen Abwehr hat also ich bin echt scheiße ausgelustert obwohl der Bergmann Helm ja schön ist mit dem ja mit dem Licht eigentlich aber wie viel Abwehr ist das nicht was macht mein Schwert? 18 Mark am Schaden ich glaube das ist eigentlich ganz gut dann habe ich was für eine Axt Platin ist Platin besser als Silber? ich weiß es nicht achso die macht 6 die macht ne das ist besser also ich weiß ja nicht ob die Wolkeninseln alle auf einer Höhe sind aber wenn du nachher mal auf der Map guckst wenn du mal diesen Pylonen anklickst dann siehst du dass unser Skyway in etwa auf der Höhe der ersten Insel liegt ok ich angle noch ein bisschen bis du fertig bist ja ich guck gerade hier noch die ganzen Sachen durch ja so gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Sachen als ich habe ok ich nehme mal das da ah jetzt ist Platin schon alle ach nein das ist doch blöd 18 ist so 13 ne 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 Helm ja meins hat nur eins das wäre einfach nicht schlecht so also wovon habe ich jetzt schon wieder so Mana Stern haben die denn die Dinger getroffen? hm ich habe dir ein paar Mana Sterne ja zugeworfen ne also aber ich habe einen habe ich gerade drinnen die anderen habe ich schon genommen ja das habe ich sogar schon gesehen und zwar hier Platin die ist besser könnte mir eine bessere Axt nehmen ja oh Gott oh Mensch es macht keinen Spaß hier das ganze durchgucken schwere Bergbank gibt es auch warum haben was haben wir denn für eine Bergbank? ich glaube eine schwere Bergbank haben wir schon unten im Keller ja ich sehe gerade unten im Keller ja mal kurz kurz verwirrt so also ich habe jetzt ein wenig bessere Ausrüstung als vorher ja jetzt nicht extrem aber ich habe jetzt zumindest schon mal 16 ich glaube das ist nicht so schlecht ach ne der kommt noch nicht rein der auch nicht der auch nicht na doch der ja wir haben sogar auch in der Kiste noch eine schwere Bergbank ich weiß gar nicht warum mhm mhm ditmanswetter ich habe gar nichts ah ach süß oh jetzt habe ich einen roten Pulli drüber ist ja niedlich ja warte mal kann ich das auch einfach noch drüber ziehen achso achso super halt ah ok das mache ich auch schön dann lasse ich es so ne jetzt habe ich doch wieder schwarz an schwarz macht schlank mhm steht der auch ganz gut mit den roten Haaren weil alles in rot ist dann doch ein bisschen übermächtig das hier ne das ist wirklich ok ok also ich bin jetzt ein wenig besser ausgerüstet als vorher würde ich sagen mhm aber die Harpien da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf was wollen wir dann machen wir könnten in den Dschungel gehen und dann mal nach unten graben ok dann machen wir das ja klar können wir machen Moment mal erstmal wieder die Fischis abläuft ich war ja gerade kurz an mhm also Fischladen können wir auf jeden Fall aufmachen das ist nicht das Problem hehehe schade dass man die nicht alle in ein Aquarium verfrachten kann nur Seepferdchen so was nehme ich denn alles mit oh ich muss mal mein Geld ablegen auch wenn es nicht viel ist mhm so oh ich habe wieder ein Gold oh ja Geld ablegen genau so ich habe zwar so ein fliegendes Sparschwein dabei aber irgendwie vergesse ich das immer zu benutzen hehehe so was lasse ich denn noch hier strahlend Trank verströmt eine Aura aus Licht ah schön dann packe ich auch noch ein paar Sachen raus oh hier ist alles voll ich habe vier verschiedene Heilsränke dabei das ist doch Wahnsinn mhm brauche ich nicht alle ich habe 14 von der gleichen Sorte aber wir haben ja hier noch mehr ähm Tierstatuen von einem Wurm und einem Schmetterling oh mhm oh schön so wo ist meine Spitzhacke? wo ist meine Spitzhacke? auch da tisch 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 ja von mir aus kommen wir ich bin fertig ich bin schon hier wo ist denn der Dschungel links oder rechts? ach rechts ok ich bin nach links gelaufen so ach ja ach ja können wir uns noch nicht hinbeam tschatze bist du jetzt zur Wüste? ja wo bist du? ich auch die Hintergrundmusik ich dachte gerade hier würde an meinem Fenster einen Krankenwagen vorbeifahren mhm klang gerade kurz so ich komme ja doch die Verderbnis auch nicht schön und wollten wir nicht im Dschungel runter? war das nicht gerade der Dschungel? nein achso dachte der Dschungel ist weiter rechts da wo unsere beiden wo die Triade ist ah ok äh wie kamst du denn da hoch? ich normalen Sprung geschafft mhm wenn man den Bergmannhelm als Deko hat funktioniert der nicht das ist ja doof weiß ich nicht scheinbar nicht das ist doof dann sehe ich jetzt nichts mehr bin dafür aber halt besser ausgerüstet mhm schienriga Entscheidung wenn ich erstmal den bin gleich da da bin ich aber boah ist die Musik hier böse uuuh hm ah ja hier haben wir schon runtergegraben wollte ich das gerade sagen ich sehe das doch auf die Karte hui hui oh jetzt hat er wieder schienen gewonnen hui oh oh hui naja gut oh wir können ja auch so mit Gleisen natürlich alle abernten und mitnehmen für die Karte für uns mhm du stehst auf dem Knopf ne oh hab ich schon gewundert wo die Pfeile herkommt guck mal da ist doch ein Bienendings ob da vielleicht ey wo will er denn hin Bienendings naja hier Stock Bienenstock hast du was rausbekommen? aua ja die sind echt nervig oh guck mal ne Fee oh da kommen Bienen raus ja oh vielleicht kann man die fangen oh mein Gott ich will die fangen ist sie jetzt weg? na ok kann man nicht fangen aua 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 und das lief los Kiste hast du es gefunden? schön nix drin kannst du haben was da drin ist da ist mit irgendwas da ist mit irgendwas aber die Fee will ja auch noch irgendwas anzeigen ja da rechts ist noch irgendwie was ah da ist ein Herzcontainer den kannst du haben ich hab glaub ich schon komplette wie viel hast du denn? 400 oh ich hab 260 da ist ja kein Wunder dass ich so schnell sterbe und du nicht ich hab ja auch nur halb so viel Leben wo ist er denn? ach da oh falsche Opa ey was ist denn das? ach so muss man abwandeln yay ein bisschen Leben na komm her du Viech hehehe na komm oh dir gehts nicht so gut mir auch nicht nicht grad hä? oh aah scheiße schon wieder das falsche ausgesehen du bist vielleicht schon wieder tot oder wie du auch oder? ah du siehst bei mir auch sehr tot aus ach ja warte doch mal hieß erze naja ich kann schon mal weiter ja ich kann das gut gebrauchen meine Ausrüstung ist ja noch scheiße aber das ist alles Wolfram ne das dürften wir eigentlich hier mit Ruhe haben mit uns zu Hause oh Gott vielleicht brauchen wir uns trotzdem noch oh und da rechts seh ich da ist ne große Höhle also wenn wir jetzt hier weiter nach rechts gehen da kommt was ja was ist denn das da ist auch irgendwas ich glaub da ist wieder eine Falle sieht von hier so aus da unten ist ein Herzcontainer oh das ist natürlich auch schön das ist nur die Frage wie komm ich da ran mit der klasse Masse mal schauen hä? wer ist? ach ok habs oh Gott was sind das für Geräusche? näh ich wollt grad sagen die Masse ist da ja klingt nicht so nett hört sich ziemlich fürchterlich an oh was ohne Truhe richtig Spiegel nach dem Pfeil Halsrinkel oh Pfeile kann ich nehmen Pfeile verschieße ich nicht dann nehm ich das Gold ja meine Goldmünster naja sehr schön Spiegel will ich auch nochmal für den Pfeil mitbringen ach wann ist das eigentlich nicht oh Hi Tränke hochfässer nehm mal alles mit was man nicht braucht wenn man vielleicht was verkauft was ist das denn? schlacher Heldschrank auch mitgenommen immer da oben ist das Eisen oder Silber oder so oh hier rechts kommt auch noch ganz viel hier rechts sehe ich äh da ist was gebautes tatsächlich wo rechts? da rechts da ist äh gebautes Zivilisationszeug wenn wir hier weiter gehen da ist auch ne Kiste auf jeden Fall na sieht schön aus die Blöcke so cool hier noch weiter nach rechts? ja hier einfach den Gang jetzt hoch also hier hoch dann kommen wir da eigentlich an ah ja oh ok siehste ja shit spielen wir eigentlich auch mal irgendwann nochmal ne Runde Burger Boss da hätte ich auch nochmal drauf guckt ja klar sehr schön ah du ist Viech aber erst wenn wir Terraria durchgespielt haben in zehn Jahren wann hat man dann Terraria durchgespielt? naja es gibt ja nicht unendlich Bosse also also durchspielen heißt für dich äh alle Bosse besiegt in dem Spiel ok also mich heißt durchspielen bei so einem Spiel eigentlich also mich, man hat einfach keinen Bock mehr Engelstatuer und Donnerstock oh ne Engelstatuer schön oh wir haben 30 Minuten naja natürlich oh das sind Goldziegel ach du Kacke ok und du gehst voran das kannst du auch alles nehmen hast du dann auch ein Gewehr ja ja da jene Engelstatuer Donnerstock oh mein Inventar sieht langsam ein bisschen ich muss da dann wegpacken ich nicht auch warte mal einen Wasserlauftrank brauche ich noch nicht aber sonst kann man die verkaufen nehm mal mit ja Leute also wir sind am Folgenende schön dass ihr dabei wart oh da ist ne Statue mitnehmen wenn ich die Folge fand gerne like dir lassen und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss